so liebe leute wir sind zurück wir sind wieder da ich hatte hier ein system absturz ich muss jetzt erstmal hier wieder ein paar seiten aufmachen um hier wieder alles vorzubereiten hier wird mir einen moment es ist die strafe da hat bestimmt visas glücksrad hat jetzt dich getötet oder deinen laptop getötet weil du es nicht benutzt ja das sind noch zwei dabs die ich noch machen muss ist okay dann sind es noch acht also insgesamt dann acht was ich gerade nicht verstehe ist warum ist mein meine kameraeinstellung die ich davor hatte nicht mehr da hat er vielleicht vergessen sie ist einfach weg ich mache sie einfach nur mal neu die aufnahme hinzufügen gute nacht so dann kriegt ihr nämlich hier die die zehn dabs jetzt gleich drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn ich verstehe sie immer noch nicht warum 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 einfach so du kannst glaube ich sogar die winkelfunktion eines dabs berechnen das hatte irgendjemand neu mal vor paar jahren in seiner fachgymnasium oder sowas kannst du das bestimmt machen aber warum solltest du schleifen auf dem kopf ich wollte ich genau ich muss noch ja ich muss noch herausfinden welches die dritte werden wird aber könnte man nicht mal irgendeine hübschere pose wählen also ich hätte ich hätte dieses blau namen tanzen wie nett von dir er hätte er hätte dieses noch lila rosa oder dunkles rosa er hätte dieses interessieren nur blautöne er hätte das helle blau und ich hätte ein türkis ich bin für das erste blau ich finde das zweite sieht aus wie weiß in der kamera man sieht das blau eigentlich gar nicht richtig jetzt hat jeder eine andere farbe ausgewählt die er gut möchte er gut findet na gut das ist ja raysfarbe ja das ist ein blau das sieht aus wie weiß in der kamera also dann das da das ist erst blau genau das ist intensiver meinte ich jetzt einfach auf die andere seite sehr gut aber du musst die beiden die beiden schnipsel von der grünen rausfüllen ja genau so gehört das wunderbar kann man mich dabei gewichtbar an die handgelenke nehmen was bin ich froh dass ich nicht alle meine dinge dabei habe oder sonst hätte ich nicht mehr genügend kopf am ende ähm ich hab noch ich hab den vorhin zu dabo gemeint hätte er mal gesagt dass er den schwachsinn machen will dann hätte ich mein komplettes set mitgenommen ich hab meins komplettes set ich hab meins nicht mehr komplett ja ist halt jetzt so ähm gut wir müssen wieder ein neues spiel aus äh aus äh holzgebilde hinterm mikro was genau meinst du cray ich glaube das blau-pinke alles gut ich glaube damit ist gut gemeint so und äh wir haben klempner time klempner time äh pip ist das nächste spiel dann kann ich mir endlich was zu essen machen ja dann kannst du ja aber jetzt jetzt muss ich schon wieder spiele umbauen so und zwar ich hab noch nicht genug gekissen ist das aber jetzt ich geh jetzt mal kurz wieder auf unseren guten fly jetzt kommt ja erstmal das loftcraft spiel und dann bei pip müssen wir den würfelbot einlösen der ja noch offen ist und dann schauen wir mal was passiert oh wir haben schon so wir haben schon so wir sind schon so hoch mit den pumpen ja ja investier nicht rein wir warten erstmal ab wie weiterkommt ich wollte grad sagen ich hab irgendwie glaube ich unterschätzt wie viele punkte ihr habt mhm und die konnte er sogar sehen hast du das letzte mal nicht unterschätzt ja glaub ich aber da hat er den preis höher gehabt das ist richtig das ist schlechtes balancing hier vom loftcraft ja genau jetzt kommt das loftcraft spiel die liebe jetzt kannst du es grad noch ändern äh noch ändern alles gut du änderst das spiel und ich äh warte noch auf den würfel Gott in der zeit sag mir was du brauchst da kann ich es nebenbei machen ja ähm ich hab nichts mehr zu trinken sag mir was du für Würfel brauchst ja ich bin doch gerade dabei zu öffnen sag mir wo die Lumis sind wo sind sieben ich muss es nur erst wieder herstellen und dann was so und wir müssen wunderbare 30 level äh rohre verlegen also Leute ähm nochmal richtig schön mit trink mal was reinballern sodass er dann auch fletten muss das hat ein cd leider ja das trink mal was hat ein cooldown und das ist auch gut so ich will nicht wieder cd mit cooldown okay äh zu viel w.o.w. sorry ich krieg noch nicht mal Info was denn was du trinken möchtest was denn äh ich würde dann die die erste Volt Cola obwohl ich brauch noch keine Volt Cola noch bin ich nicht müde dafür da bin ich aufs Klo Whisky hättest du gesagt schutz aber während einer Challenge was danach kommt tropft es und äh es fließt Wasser und beim letzten Mal als es gespielt hat kurz vor Zeitende muss der aufs Klo das Problem war das war so ich hab so 20 Minuten das Spiel gespielt und es waren noch 10 Minuten offen und ich muss so dringend pinkeln und ich wollte aber das Level schaffen also ich wollte die Challenge schaffen und ich kann den Timer ja nicht stoppen also musste ich diese 10 Minuten einhalten und ich muss so pinkeln was immer noch nicht die Frage beantwortet was du trinken willst ähm ja ganz normal genau genommen schon mineral Wasser bringen sie mir einfach eine eine Sprite oder geh mal nee weißt du was bleib mal in meinem Koffer da sind so Handgranaten aus der Tschechei genau zieh so einen kleinen zieh den kleinen Splint ab und dann stelle ich hin und warte genau und das sind da sind nämlich so kleine Handgranaten Energy hier blöden Ehewitz ein das sind so kleine kleine Handgranaten Energy Drinks und die sind super lecker ah die kenne ich die hab ich aber nicht mehr gehabt die hat mir die hat mir damals mitgebracht als ich noch Energy Drinks gezwungen hab genau aus der Ecke sind die auch ja aus Tschechien Energy Bomb oder sowas ja aber mittlerweile zeig euch dann gleich so eine Flasche wenn eine hier ist man bekommt Pickle von Energy Drinks das ist absolut in Ordnung aber sie halten wach das ist nicht in Ordnung das ist furchtbar also ich kann damit leben wenn ich dafür wach bleiben kann Pickle schlimmeres als Pickle nein so der Würfelbot ist gemacht wir stahlen jetzt einfach das Spiel hat's nicht noch ein Fail einzulösen hmm stimmt ne wir haben es eben ja ne ihr habt mir es doch jetzt als gut genau wir haben es ausnahmsweise verziehen ja wir haben noch genug Punkte dass da noch das ein oder andere Spiel fehlen kann ich wäre das eben nicht verzeiht kurze Frage kann man trotzdem spielen kann man trotzdem Sachen klippen auch wenn es nicht gespeichert wird also das Typ selbst ja ich möchte bitte Clips von allen allen Fails also von allen ähm eingelösten Strafen ja dann musst du das machen dann muss sie helfen ich will aber auch irgendwann ins Bett tja ne es wird doch gespeichert ich bin morgen auf dem Geburtstag eingeladen ich hab's doch ich hab's doch alles auf Speichern zur Zeit laufen es wird gespeichert ach es wird doch gespeichert hätte ich das jetzt umgestellt ne was hab ich jetzt verpasst in den kurzen Moment den ich brauchte um mich so also ihr wolltet wieder hier rüber zu machen ach nix nicht so ihr wolltet schon nix das sind diese kleinen Minibomben die sehen wirklich aus wie Hand ich muss sie auf groß machen sonst seht ihr das ja gar nicht die sehen ja wirklich so die sehen sind so wirklich die haben auch hier so ein Splint man ziehen kann die sehen halt einfach aus wie Handgranaten sind halt Energydrinks das ist cool lass mal Sly gucken genau ja Sly guckt sich das gerade an richtig und er hat sich gerade so vorgebeugt Sly ist begeisterter Blick lass mich nochmal für die Kamera machen warte freu in der Mikro ist er nicht ist er nicht ist er nicht süß es scheint sehr lecker zu sein ja lecker liegt im Auge des Betrachters oder naja nicht im Auge des Betrachters aber jeder hat halt andere Geschmacksinn jeder hat andere Augen in den Geschmacks des Betrachters wir sollten uns ja auch unsere Augen nicht teilen also geteilte Augen das ist nicht gut geteilte Augen sind halbe Augen früher hab ich noch regelmäßig Energydrinks getrunken dann hab ich irgendwie völlig damit aufgehört das Jahre später nochmal probiert und das ist so eklig und dann hast du bemerkt dass du noch nicht groß genug für Energydrinks bist das muss ich mir vor dir nicht erzählen lassen ja das muss ich mir vor dir nicht erzählen lassen das muss ich mir vor dir nicht warte und sieg da allen sowas auf der Zunge Glashaus das hat Sly auch gesagt ja genau wer im Schlachthaus sitzt sollte nicht mit Schweinen werfen du was wer keine Schweine hat der sollte Glashäuser besitzen oder wie war das ok wir müssen uns erst einen und das dürft ihr ihr jetzt aussuchen wir haben hier unten ein paar Endgegner da sind noch ein paar mehr also wir haben den hier ja mach den letzten den hier nehm Lumi nehm Lumi Wolf darf nix sagen und Ray darf nix sagen ich möchte ja weil ihr das Spiel kennt ich will den der so aussieht wie Lumi es gibt einen der aussieht wie Lumi? ja den musst du jetzt finden das ist nicht gut ich weiß schon dass sie mir die Snacks und die Getränke bringt deswegen wollte ich mir die Gruppe klären einen weiter nach rechts das im Kleinen sah das gerade aus wie Lumi wenn sie ganz 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 schlechte Laune hatte ja wer da? nein der eins weiter nach rechts ganz rechts so ganz rechts nicht Cthulhu nein rechts der mit dem Kopf den Pharao nee Itacoa eins nebendran rechts und ohne Übertragung gibt's Delay also ihr wollt den letzten den letzten in der Reihe ja ja gut dann kann ich auch gleich aufgeben der ist auf insane das sieht aber gar nicht aus wie Lumi dann brauch ich auch gar nicht spielen also das ist hier ganz links ist easy und ganz rechts ist insane aber ok wie wärs mit Cthulhu dann nehmen wir Cthulhu das merkste was ich bisher geschafft habe ist Cthulhu weiß ja nicht genau Wolf hat danke Wolf der erste der es richtig sagt was denn Cthulhu ja wir alle Cthulhu sag Cthulhu ich bleib dabei Cthulhu Cthulhu hat auch mal einen Spitznamen verdient Cthulhu Cthulhu aber wen wolltest du jetzt ist egal jetzt haben wir den ich war nicht mal in der PC ich wollte nur Hütze ins Bein stellen so ähm das hat er sich jetzt selber gestellt das ist ne Two-Part-Campaign die kriegt er nie im Leben in ne halbe Stunde durch was ist es das? sehr gut es stand dran wer lesen kann ist im Vorteil wo stand das? haha ach du scheiße ne das schaff ich nicht boah warum hast du es so früh gesagt? dann brauchst du es gar nicht spielen du nimmst direkt die Straße und nimmst das nächste Spiel ne doch? ne das ist ja gut dann nimm den einen links davon ja das Auge ah ne Drache das Auge des Sturms die mir scheint äh jetzt muss ich mir noch Leute aussuchen äh weißt der was ich nehme das kleine Mädchen dann nehme ich Jamie das kleine Mädchen Schwester Mary oh oh ich möchte die Jenny du bist Jenny wer ist Jenny wo ist Jenny ich stand da eben Jenny Jenny nehmen wir gut nehmen wir den Magi jetzt da kommen noch mehr da kommen noch mehr also wir haben auch noch mehr die gut ja die gut aus ist gut nein das habe ich nicht gesagt ich fand die Jenny halt gut hm Jamie versteht mich so ich will noch so einen Kämpfer so den nehme ich noch mit perfekt ich wusste es was ich kann auch wüsste wüsste was wir machen es anders das wird laufen bestimmt die vorletzte sieht aus wie Ryan auf der Hacia und ein bisschen so oh ich könnte jetzt so von diesen verdammten Shots einen verbrauchen welchen hehehe den Lemon Cheesecake mit der Kirsche und das war nacken Ingvar der süß der süß woher wir hören uns das jetzt eh nicht an weil ihr redet eh drüber also brauche ich auch den Text nicht ablaufen lassen passt mich nur meine zeit ja hatte schon recht meine zeit läuft ja schon das ist schon fast eine minute rum wie war das noch mal in so ein zeichen drauf hat die müssen weg das bedeutet also negative effekte wenn du auf die tentakel symbole gefützt kannst du oben in die mitte drückt kannst du auch sehen was passiert was musst du machen und was musst du er er musste mit den charakteren eine gewisse anzahl von elder science sammeln wie wir vielleicht noch mal mit dem buch ja und dafür muss er hier die sachen lösen und die symbole benutzen genau aber er kann immer nur eins auf einmal lösen und teilweise haben die eine reihenfolge und er muss immer neue würfeln ja der jetzt glück passiert aber nicht immer du sollst was trinken ich denke mal was ich habe keine eiswürfel blumi eiswürfel ob die mümmelt gerade wie verzogen nicht nur trinken ich wollte es nur erwähnt haben ja und drei dabs trinkt was aber da sind keine eiswürfel drin ich kann das nicht ohne eiswürfel trinken so fangen wir gar nicht erst an wo hast du gesagt nicht draufklicken und dann sehe ich oben in die mitte man muss halt die mitte finden ja das ist der entrance das ist also wenn ich da draufklick minus eine trophäe ja komm wir gehen dabei drauf wir gehen hier rein wir gehen drauf mich hält mich am boden ok 6 davon ist schwierig ja das ist schon mal nicht so geil aber drei also komplex ich habe keine ahnung naja du musst die dinger lösen was jetzt los also ich darf du musst alles oder gar nichts oh mein gott dann gar nicht der hilft ja auch nicht was hat die denn ein extra würfel ne die hat einmal ein 1 locken also 1 festlegen dass es bleibt und sie hat einmal re-roll ja zweimal ok ja ja log am besten die sachen die du noch für die du nicht brauchst das ist ja das ist der heizung weg und der würfel du musst den würfel wegwerfen ah fuck wenn du was nicht kannst musst den würfel wegwerfen na super du hast doch die chance zwei dreier zu würfeln ja oder auch nicht ich sollte dazu sagen charaktere können auch sterben oder verrückt werden ja super ich habe einen dreier bekommen juhu das hilft mir nicht einer von den anderen so vom zusehen ja basic ja ich verstehe es ein bisschen da kannst du sachen reinlegen aber du hast jetzt keinen würfel mehr drück aufs buch und beende wie noch ein leben das ist ja meistens reiniger als zu sterben ne in dem spiel nicht ach echt krass je nachdem was für level du gehst manche machen hp schaden manche machen machen so schaden wenn da einer mit drin ist könnte man glaube ich dem einen würfel geben wie war das genau dann gehe ich da nochmal rein er hält ihn dann für dich fest dass der sich nicht ändert und jetzt sterben alle charaktere an diesem einen level wahrscheinlich weil hutz in kein anderes mehr reingeht ne komm mal hier alles gut oh wow würfel glück ist dir hold ja aber das war halt ein level das nur einen hinweis also einmal reroll gibt oh ja oh ja oh ja oh ja nein jamie kaut zu laut genau ach das ist jamie ich hätte es gedacht lumi kaut okay das war nach und nacheinander muss man das machen oder wie war das genau aber die sind ja so ja sind ja gleichwertig aber wenn du einen davon auslöst verlierst du ein leben sollte ich mit einem machen der viel leben hat was war hier sanity oder ding ja komm wir gehen hier mal hin das sieht scheiße aus hey jetzt hast du die lupen jo ho ich hab lupen für keine lupen ich hab ein tentakel einer reicht nicht das ist richtig aber kann sie auch was festhalten sie kann was festhalten ich kriegen könnten gelben dazu holen aber ich nehme ich behalte das hier und würfel neu oh ja stimmt ich muss was reinwerfen so äh wirklich ich brauche einen tentakel und aber auch keine vor allem du brauchst eigentlich auch noch die schäle jamie du brauchst immer noch zu laut ja ich hab gelitten ich krieg weder das eine noch das andere hin man hört dich kauen ja i know i know interessiert ihn nicht okay ich hab gelitten willst du mir damit sagen dass das ein problem für dich ist es könnte für zuschauer ein bisschen unangenehm sein ja wieso weil sie hunger bekommen es ist kein asmr stream ich hab der soll sich mal mit mir anlegen ja ich hab außerdem hab ich ähm cashews wow drei du kommen drauf ist deine cashews leise wieso kriegt man eigentlich drei doom krieg ich so jedes von den dingen in doom oder wie war das nö guck auf deine mission es steht drin was du kriegst das ist nicht deine mission wo ist meine mission die die du eben machen wolltest bei der du gescheitert bist so die guckst du jetzt an und unten links steht was passiert ach so das war gerade der terror effekt ne ja der ausgelöst hat ach so ne die sind zufällig danke danke er hilft mir gar nicht der kollege geh mal dahin was macht geht's glaub ich hier davon bin ich doch auch nicht hier also du hättest glaub ich doch eher das tutorial spielen sollen ey ich muss gestehen ich glaub dir ist einfach nicht mehr zu helfen ich muss gestehen ich hab das auch schon zu ewigkeiten nicht mehr gespielt dass man von windows entfernt stehen soll nur einen toten kopf warum bleiben sie von windows weg ja nehmen sie linux kann ich das so machen und dann re-rollen? nee nee re-roll kannst du auswählen welche würfe ah so war das ich möchte den hier re-rollen und den hier re-rollen sehr gut ich mag das spiel nicht warum nicht? es ist wie knüffel es erfordert irgendwie zu viel attention weswegen die konversation drumrum nicht mehr funktioniert eigentlich ist es ja auch ein stream wo hutz spieler spielt und wir nicht daneben casual sitzen und die ganze zeit kaffeekränzchen halten richtig aber das kaffeekränzchen macht das ganze erst lebenswert also für uns ja aber für die zuschauer eher nein ich glaub für die zuschauer ist es auch interessant dementsprechend war ich ja auch im überlegen ob ich einfach die kompletten aufnahmen einfach platt mache weil es überhaupt keinen sinn macht der gibt wieso ja weil äh man sich das danach nicht mehr angucken kann äh was oh wenn ich das nicht scha- das das weil du äh Tertakel hast aua aus meiner Sicht lebt dieser Stream von unseren so reichen Charakteren und Konversationen aber aus deiner Sicht ja ja da bestimmt's ja wohl leide ne aus der das muss ich ja nur das muss ich halt die Waage halten Jamie und wir haben das eine Spiel halt wirklich komplett totgequatscht anders kannst du es nicht sagen außer beim Sport da geht es nicht anders ja da ist ja auch in Ordnung ja richtig denn da muss da ist Jamie perfekt für oh no mir fehlt ein mir fehlt ich weiß nicht ob ich dann noch das wichtige Chi hab und dann möchte ich noch ein Re-Roll welches Chi ist es denn? Tai? ein positives hat hat Chi Gesundheit ich möchte den den und den re-rollen ok dann das ist scheiße ich möchte noch mal noch mal re-rollen ich möchte den den und den re-rollen ich probier mal jetzt die geilen Chips die Hoodz mir geschenkt hat ja versuch die mal welche denn? halt mal in die Kamera die Knoblauchchips die die Nox nicht mag da weiß ich jetzt die Hälfte worum es geht und die andere Hälfte sind auch die chitischen ja sie sind zum Glück in der Kamera gelandet man konnte sie kurz angucken so ähm die ist grad da ich möchte was ist eigentlich noch mal mit dem Monster den muss das muss man doch auch irgendwie weg machen äh ja das Monster bleibt halt da bis du es umbringst und wenn Mitternachtseffekt irgendwas auslöst mit Monstern dann hast du halt ein Problem wenn ein Monster da steht äh das klingt so als wären sie nicht stark genug das ist ja traurig das Haus muss jetzt leider geräumt werden das ist jetzt für die nächsten Wochen nicht bewohnbar genau so wir machen erstmal den da oh sind die lecker ja der Knoblauch das zog grade bis hier rüber na so schnell geht das auch nicht hätte ich den davor aktivieren müssen? ne den musst du zwischen den Zügen nicht während nem Zug aktivieren ah also wenn ich jetzt was wegwerfe dann kann ich jetzt den aktivieren genau ok richtig Smaug das glaub ich auch wir brauchen diese Chips allemal nein hättest du mal was festgehalten von die oh von die hier oh ja die Dame recht verdammt jetzt wirds langsam problematisch hat das Gefühl man isst Knoblauchbutter mit Kartoffeln ja es kommt noch oh lacker ja manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben fast noch ein Monster ist aufgetaucht warum oh und da oben links werden deine gelben Würfel blockiert keine gelben Würfel mehr für dich ich will aber gelbe Würfel und noch zwei Domen der Untergang ist nah ja ich sehs auch kaum das sieht nicht gut aus ok ich muss ich muss hier erstmal Monster Monster töten ich muss Monsterkloppe machen die Monster müssen weg Monster Party auch das denn den Ramniku in Transylvanien da hast du ein Prakat so das passt nicht aber das Vieh bleibt immerhin tot das ist doch schon mal etwas und du kannst ja die 3 festhalten ich mach nen Reroll wow die kann ich die 3 festhalten die kann die nicht festhalten doch natürlich wo denn wenn du was wegschmeißt was nicht die 3 ist ach so au er läuft doch gut jetzt wenigstens wie viel von den Abzeichen brauch ich äh wärst du sagen du hast ein Viertel also würd ich mal sagen 16 ganzen Sack voll so äh die muss ich erstmal heilen die braucht jetzt die braucht Heilung äh sie hat 2 Münzen dann gibt sie hier 2 Münzen für Heilung aus kennt ihr das wenn man nicht sicher ist ob man hunglich ist oder einem nur langweilig ist dann einfach essen das passt schon letzteres richtig da denkt man nicht daran nach dann schaufelt man schon ich bin auch die ganze Zeit an snacken schlimme trinken Wassertrinken hilft oder Zähne putzen ich trink auch währenddessen so ist es ja nicht so neu würfeln ne 4 geht auch kann ich kann ich neu würfeln das ist scheiße aber was ist das das tötet äh das eine regeneriert Sanity das andere tötet ein Monster ich hab kein Monster zu töten glaub ich oder die 4 ist ein Monster ich hab ein Monster zu töten aber was mach ich mit dem ja nix das musst du halt irgendwie schaffen das find ich aber nicht gut ich hab nur noch einen Würfel dann würfel besser gut vielleicht kann ich noch was tun hm vielleicht ist ne Fähigkeit die du aktivieren kannst welche Fähigkeit hab ich denn weiß ich nicht hmhm ich kann mir ein kann mir aus aussuchen was es wird ja perfekt brauchst du dich halt 4 Münzen ja ist ok aber besser als es nicht zu schaffen und sie ist reich sie kann sich das leisten ja jetzt nicht mehr ja jetzt nicht mehr jetzt ist sie nicht mehr reich so Aria äh ok krieg ich diddledledoo und doodledledee oh ich wollte mir mal eben was zu trinken und auch was zu essen bin gleich wieder da hab ich befürchtet hab ich befürchtet und dieser holt sich Tintenfisch rein Tintenfisch Tintenfisch boah das wär jetzt auch geil das ist natürlich grad richtig scheiße gewürfelt mit Pommes äh ich glaub ich nehm die Pommes du kannst den Tintenfisch haben ich möchte die seit diesem Pommes Spiel hab ich Bock auf Pommes ich möchte eine kannst du mit den Lupen nicht erstmal die ah ne du musst den Reitfolge platt machen ja ich muss die 1 erst machen boah ist das räudig ja das ist richtig räudig ich kann mit dem da drauf mit dem kann ich wie war dann das mit dem hier genau ich möchte einmal einen Kopf dankeschön jetzt hab ich noch nicht mal das Zeug damit ich die Lupe behalten kann na gut ich hab nur 2 ja ist ok und ne 1 und jetzt muss ich alles schaffen und ich schaff es nicht damit hab ich verloren ja ist ok ich schaff es nicht ich hab's verstanden Aua ne 1 Sanity ist ja noch ok ja das ist richtig 1 Sanity ist noch gut aber es ist schon wieder Mitternacht und der wie oft wird dann Mitternacht? ja das ist so so oft wie halt Mitternacht wird das so jeden Tag mein Problem mein Problem ist hier die Verrücktheit ist sehr verrückt und die macht mir gerade eher das Problem so ähm hier kann ich den Mitternachtseffekt glaube ich äh ausschalten ich brauch Tentakeln aus der Hölle wow das ist absolut schlecht nein ich möchte nicht ich möchte einen Neubürfel ich möchte davon gar nichts haben ich möchte einen ich möchte einen extra roten Würfel das ist gut ich möchte den hier da einlösen und würfel nochmal und würfel den da und jetzt kann ich hier aber leider kein Ding machen jetzt ist das eine 4 gewonnen warum ist denn das jetzt sowas gewonnen? doch zum Mäuse melken jetzt wahrscheinlich Feuer ausführen müssen kein Problem ich nehme was es wird jetzt ist es wieder das jetzt ist es auch egal so einmal Tentakel Tentakel hier Tentakel da wunderbar ich habe erst 5 Hinweise und kotzen nee nur paniert so die hat 4,5 die könnte eigentlich den die könnte den schaffen komm wir gehen hier rein kann die einen Monster töten nö aber die kann sich äh einen roten Würfel holen hehehehe das ist gar nicht verkehrt aus eine 2 noch eine 2 noch eine 2 Aua ich kann die 3 natürlich nicht behalten warum sollte ich auch so bist du schon tot? nein bin du nicht aber ich arbeite noch daran zu sterben das hilft mir nicht verdammt aber ich kann rerollen das war nicht das wo ich hinklicken wollte ich wollte hier hinklicken ich möchte rerollen und zwar die 3 ich möchte rerollen nein ich darf nicht rerollen oh my god warum weil ich möchte den zu einem davon machen ich möchte den wegschmeißen ich möchte den behalten und wirbeln und das ist natürlich nicht das was ich will ich hasse es komm es kommt nicht warum? weil gelitten gelitten weil das letzte Spiel schon äh da waren die anderen gnädig ja ich weiß ich sehs schon das ist das spiel einfach nicht gnädig zu mir so die geht wieder zum medanachseffekt transportet transportet by magic geht zu keiner magic magic verdammt das ist so wenig muss nochmal da 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 wir rerollen den 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 und den na na geht doch hm das ist nicht das was ich möchte hättest du nicht gerade erst den rechten fertig machen können da hat es ja gar keine reihenfolge dran stehen da bin ich doof ja hätte ich machen können aber dann hättest du zwei schriftrollen ohne reroll aber jetzt geht's ja auch geht auch so ich hab's aber verpeilt ja du hast absolut recht die ersten geistigen umnachtungen setzen ein was passiert hier also doch jetzt die volt cola nö nö die ich hab doch einen energy drink den ich jetzt in mich reinpump schon wir brauchen eine halbe stunde zum wirken das war von einer halben stunde knapp naja 20 minuten ok bei niederlage kriege ich halt echt aufs maul aber wenn ich halt gewinne kriege ich halt richtig geile sache hm ja aber nicht mit der ich glaub die die sollte eine normale sache nehmen äh ja ein leben verlieren ist in ordnung das kann sie machen ich muss jetzt schon anfangen zu taktieren ja ich muss schon taktieren damit die leute mir nicht umfallen oh zwei gut äh ja würde gehen wenn ich den speichern habe ich noch was zum speichern nein sie hat nichts zum speichern das geht doch direkt auf nein ich muss dann nochmal würfeln kannst du nicht beide gleichzeitig lösen doch menno deswegen ich könnte jetzt so machen hm hm äh um das zu lösen ich könnte ach geil wir sind ja zur zeit geblockt und ja ich darf den nicht mehr äh was ist das denn für ne kagge ne kagge ist das ne kagge kagge ja doppel kagge ne kagge so rex murphy wie viel hast du denn es ist schon wieder mitternacht wie ist es denn schon wieder soweit ich hab doch schon verloren glaub es geht schon wieder los ja ich hab verloren boah tabasco tabasco dankeschön ja das äh ja gut das äh das war nix das habe ich nicht geschafft weil in den letzten paar minuten brauche ich nicht nochmal ne runde anzufangen schaffe ich eh nicht ja dann äh fly walten sie ihres amtes und äh ja wir brauchen eine nummer wer hat denn noch nicht wer hat denn noch keine nummer nennen dürfen ich ich durfte auch noch nicht ja smauquilly42 ne gute wahl ich darf jetzt aussuchen dann hätte ich mal Schläfchen machen können ja gut ich bin mit meiner tablette schon eine gute stunde hintendran oh da musst du aber nochmal bei hoots das gläschen auffüllen damit er nicht trocken läuft in der zeit wenn du ein Schläfchen machst Banane in Stücke schon wieder Banane echt hier ist das 1d6 Banane Sex, 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 sex Ja, bitte, dann muss ich sie nicht schneiden Nein, ich will keine ganzen Hätte ich doch kleine Bananen gekauft Oh nein, schon wieder fünf Wow, ich bin gut Und wir haben nicht mal den Würfelgott beschissen Ich laufe ja schon Aua Danke, Lumi Du bist super sly Ich hab jetzt das zweite Mal eine Fünf gewürfelt Das gibt's doch nicht Das ist aber gut für den Körper Banane enthält zumindest viele Vitamine Viel Zucker Was aber auch wieder gut für den Kopf Ich weiß nicht, ob's gut für den Kopf ist Also wenn ich sie dir in den Kopf werfe, ist sie auch gut Dann ist sie gut am Kopf Also Banane Enthält acht Milligramm Calcium Also hundert Gramm Bananen Enthält acht Milligramm Calcium 27 Gramm Milligramm Phosphor 31 Milligramm Magnesium Und 0,3 Milligramm Eisen Weißer Phosphor, ja Aber der Phosphor ist gut für den Körper Das behauptest du jetzt nur, damit ich die esse Ja Ja